Und hier vor uns sind ja schon auch da. Das ist voll cool. Ah, ich glaub hier gibt's einen, ja. Ja. Das sieht ja wie schön aus hier. Ja stimmt, das ist voll schön. Oh, guck mal. Ah, hier kommt der. Sehen Sie doch mal rein. Guten Tag. Hallo. Hallo, also ich bin eure Wolfführerin und als allererstes sehen wir uns in der Wolfschule. Okay. Und hier kommt man dann hin. Also das ist der Adler mit einem toten Lämmchen, das er in sein Nest legt. Den haben wir geschossen und ausgestopft. Und das Lämmchen haben wir auch so gelassen, wie ist gerade da hin. Das hier ist, also die Burg wurde angegriffen und das hier alles ist halt erhalten geblieben. Es gab einen sehr schönen Brand und es gibt tatsächlich eine Sage zu dieser Burg. Nämlich, dass die Frau des Königs immer noch in den Gemäuern dieses Schlosses rumspuckt. Also, ihr könnt euch frei bewegen in der Burg. Seht euch alles an und habt viel Spaß. Danke. Danke. Zuhören! Zuhören! Viel Erfolg! Guck mal, ein kleines und ein großes Auge sind hier am Kumpel. Guck mal, ich wusste, die Eier sind bestimmt von Strahlen. Was ist denn das hier für ein langes Rot? Guck mal, die Schmetter. Guck mal, hier eine Kuh mit zwei Köpfen und nun mit drei Beinen. Guck mal, das ist kalt, das hat zwei Köpfe. Guck mal. Mir ist alles gut. Guck mal, das ist kalt, das ist kalt. Guck mal, das ist kalt. Guck mal, das ist kalt. Guck mal, das ist kalt.